Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Seven Days to Die. Wir sind hier im Moment gerade ein bisschen auf Urlaub von unserer Heimatbasis und wir haben uns dafür diese riesige Wüstenstadt ausgesucht. Und im Moment machen wir gerade so eine Tour durch die Stadt, um mal so zu sehen, was es alles so gibt. Wir haben schon unheimlich coole Sachen entdeckt. Diesen Diner da zum Beispiel mit dem Mannequin obendrauf, nicht schlecht. Boom, wieder was kaputt gefahren. Ah, hier eine Bar für später. Oh, eine Wildlau. Wie schön. Hammer. Na läuft der, man muss ja gar nicht hier angehen. Da kommt ja auch mal die Stadt und das Jahr, der gibt sich nebenbei. Sehr schön. Sehr schön. Hotel. Hotel. Papierfabrik. Ein Hühn. Kriegen wir das auch auf die Schnelle? Wo ist es hin? Daddy ist hier über den Zaun gehuckt oder was? Das dürfte das Kino sein. Ja. Oh, und auch Erwachsenen Kino. Da war ein Rucksack. Da ist glaube ich ein Club oder Theater oder so. Tankstelle. Sprit mitnehmen. In 30 Tagen wie er voll ist. Da kommt jetzt der Schrottplatz. Ja, ich schaue mal mitten im Industriegebiet zu sein. Da hinten kommen Fabriken. Und wieder ein Rucksack. Ah, jetzt sind wir wieder im verfallenen Gebiet. Wie läuft es? das ist eine sehr riesige Stadt neben Schatten gesehen da ist er und ein Hühn zack sehr schön ja 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 Oh mein Gott Da hab ich doch einen gehört schon, oder nicht? Hier nicht grad'n Hund gehört Oder was du das? Doch, eh so schon wieder dieses Knurren Na? Wie auf dem Gelände vielleicht? Rodeln wu-moweude! e überschneidliche alle gebiete das scheint ja jetzt hier dann das verbrannte zu sein das ist auch Ende schon wieder so ein scheißen Geier ab man sich in die Pedolle treten ohne ab ab Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Da kommt ein paar verfallene Gebäude. Wir fahren mal hier rum. Das ist ein Bär. Schnell mal ein Stück weg. Was war das? Kann mir mal irgendjemand erklären, was das jetzt gerade war? Wer ist Hardcore? Doch, ich habe eine Idee. Ich komme von hier nicht hoch. Ich komme von hier. Oh, in Ruhe, yeah. Der Berg kommt immer näher. Der Berg kommt immer näher. Nee, Mann, der war da auch mal drauf. Ich kann voll zurück. Wie denn? Äh? Der war nur gelähmt. Ich da rüberkomme. Ja, man soll auch springen. Äh, so. Jetzt klappt es sowieso nicht. Ah, easy. So, jetzt können wir den Bär mal angehen hier. Okay. 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 Du lässt meinen Bär in Ruhe. Mal gleich. Au. Ja, das war natürlich laut mit der AK, ne. Kommen wir jetzt von allen Seiten. Rücken. Und bevor ihr der Bär weg ist. t das war es für dich kann nur gut für die erfahrung sein das war Achtung! Achtung! Oh, da, 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 da! Ich kann euch mal einen Gun hier. ja rachat und da kommt der fett die jungen Der kommt die nächste, na egal wir sind im Fight-Modus, die nehmen wir auch noch mit. Vielleicht leveln wir ja gerne noch einen hoch. Boomer, da für dich was. Ey, ne mit Loop. Loot tut gut, auch mal wieder was blau ist. Fünfer heißen Schaufel läuft. Na, das war mal ganz nice. Kleine Battle mal so zwischendurch. 40 Fleisch vom Bären. 92 Knochen. Der hätte nicht schlecht. So, würd ich mal sagen, rodeln wir mal heute. Oh, hier haben wir einen richtigen Bunker. Na immer noch kein so Working Stiff. Working Stiff Tools, das suche ich, denn na ja, hoffe ich mal, dass ich da ein Crucible kriege. Sollten wir uns ein bisschen Mais mitnehmen. Ganzen. Gut nu. Auf dann. Chapast�学ig. Blöck hin. Aufschein mit keep den Dressen dieser einen. Prozent auch überladen aber das nicht so schlimm äh quatsch wir haben unser Fahrrad dabei so was nicht stackable ist packen wir mal weg so und dann geht die Tour weiter so und dann geht die Tour weiter so und dann geht die Tour weiter Prozent 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 echt über die große Stadt ist Prozent 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 und deswegen muss es hier doch ein Working-Stift-Tools geben da müsste ja gleich irgendwann einmal rum sein werden wir wieder Wüstengebiet zum garant Prozent 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 Pass Dark Hier wieder so ein kleines Vor. Tja, wenn es Schießerei gibt, kommen solche Atten. Und nicht zu wenig, gell? Kaboom! Kaboom! Vom Wolf irgendwo? Ah, der Wolf. Ah, hier könnte man schön hier, ne? Oh, mit den Zombies wieder am Fliegen. Oh, die Dicke hier da. Geh mal auf die Mine. Ah! Dann nimmst du halt die mit. Jetzt haben wir... Geht eigentlich noch. Ach, komm! Ach, komm! Du willst aber nicht mehr wissen. Ah! Deswegen ist sie gekommen, ey! Tragen D oder D? Ähm, so, noch den Mod reinballern. Und schon haben wir einen besseren Reisenbrustpanzer und den, überlegen wir mal. Da ist er doch. Oh ja, wohl. Händen wir uns doch mal hier. Also, was für eine geile Tour durch die Stadt. 64 Fleisch, das ist super. Hier geht immer noch irgendwelche Sachen hoch, ey. Total geil. Das war der Weg. Das war der Weg. Ey, ich moine. Ich moine. Nein, schon wieder überhitzt. Hm? Hier grunzt doch irgendwas. Ich mache mir nochmal drei Golder. Ach. 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 k alte scheiße geht mir über die Miene, den muss ich jetzt mal verorten genau genau boom 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 jetzt richtig ab ja 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 völlig überhitzt jetzt auch mal gucken ob wir jetzt hier in Ruhe looten können Neu Militärlager So bestimmt wieder Munition und sowas Hey, Dreierjagdgewehr, sehr schön Triple Storage Pocket Mod Super geil Vierer Pistole nochmal Alter, läuft Working Staffel, Crucible Naja, paar Nägel Aber, Turm angefangen, kann man sich schonmal nicht beschweren Das? Was ist das? Oh, keine Ahnung! Oh, keine Ahnung! Und dann nehmen wir hier noch mit. Boom, da ist er down. Gib mir meine Pfeile zurück. Und das wär's mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao.